Wollt ihr mich verarschen? Ich komme gerade hier aus diesem Kackwald raus und dann kriege ich schon Bosse in die Fresse gesellt. Ey. Asoziale Spiele, ich schwör's dir heute. Nur Bosse, ich schwör. Gab es mal einen Part, wo es mal nicht Bosse gab? Gar. Dig in the Raid. Na scheiße, das ist nicht in der Nähe. Aber ich weiß, was ich schon mal auf mich machen kann. Ich equip mich schon mal. Ja, Acid Breath. Ja, toll. Ja, ich hab's ausgewichen. Ist das euer Ernst? Ich bin schon fast tot. Ja, geil. Ich nehme lieber Q-Potion, was mir mein ganzes Leben wiedergibt. Der Fick hat mich ja schon mit einem Schlaf gefickt. Wer hätte gedacht, dass ich schon sowas Geiles einsetzen muss? Tail Attack. Das ist nicht gut. Fast. Ja. Ist das euer Ernst? Ganz ehrlich, Spiel. Wollt ihr mich irgendwie freuen? Oder so? Komm schon. So, jetzt hab ich dich. Jetzt müsste ich eigentlich nicht in der Raid auf dich hinkriegen. Komm schon, jetzt. Ja. Oh mein Gott. Scheiße, ich hab auch aus Versehen aktiviert, aber ich weiß, dass es gar nicht funktioniert. Das ist doch nicht euer Ernst, Leute. Das Spiel will mich rollen, ich schwör's euch. So viel HP hab ich auch. Ey. Kein Wunder, dass ich das Spiel zwei Wochen lang nicht angefasst habe. Ich mach mir auch keinen Schaden auf ihn. Das ist ein Dragon. Oh, verdammt. Haben wir irgendwas, was gegen Dragons gut ist? Irgendeine Waffe. Irgendwas. Hauptsache es ist gut gegen Dragons. Na toll. Gegen Drachen haben wir nix. Was soll ich jetzt machen? Ich will nicht gegen ihn kämpfen. Also nicht wirklich. Nicht analysieren. Vielleicht. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht. Ich mach jetzt hier irgendwie Freestyle-Kampffeier. Ich weiß eigentlich, was ich gegen ihn machen soll. Ach, das ist er. Das heißt. Warte, warte, warte. Jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Aber ich hab keine... Oh, Mann. Klasse Scheiße. Geile Kacke, ey. Ja, Rending-Guy macht was. Was ist mit Filescar? Auch nur Kacke, ey. Ja, komm, Rending-Guy. Auf den Kopf mit 13 AP. Krass. Ja, gefällt dir was? Ja. Oh nein. Oh nein. Nichts Tail Attack. Nein! Ich war zu schnell. Leider, wir sehen uns gleich wieder. Ganz ehrlich? Ich mach das doch nicht jetzt nochmal mit. Wenn man den Mixer irgendwie entgehen kann, möchte ich das auch gerne. Verpisst euch. Ey, ist das mal ganz. Ich will nicht gegen den Kackdrachen kämpfen. Das ist doch... Wie soll ich den Macker denn ficken? Geschweige überhaupt besiegen. Ich mach ja gar keinen Schaden. Ich meine... Oh mein Gott. Ich meine, das wäre was anderes, wenn ich einen Schaden machen würde. Aber ich mach ihnen ja nix. Das Spiel besteht nur aus sowas. Ist eine Herausforderung, aber... Oh. Nur ein Weg? Ich speichere ab. Wenn da schon wieder dieser Kackdrache ist, hab ich keinen Bock. Ich glaub, ich bin im Kreis gelaufen. Scheiße. Das heißt, ich muss an den Drachen vorbei. Hey, weg, weg. Weg, bitte. Vielleicht kann ich ihn irgendwie umgehen. Bitte sag mich, ich kann ihn irgendwie umgehen. Ich schwör. Ansonsten bin ich gefickt. Wie soll ich denn die Macker denn... Oh. Nein, von Nakame. Zurück. Zurück rein. So gut. Aff. Diese... Lasst mich durch. Lasst mich durch. Ich weiß nicht, wohin mit mir. Nein, nein. Nein, 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 nein. Das macht doch noch so ungeheuren Schaden. Und dann spießen sie ihn mit ihren Kackteilen nicht auf. Ich bin verzweifelt. Das ist so kacke. Ich mach vielleicht gleich eine Aufnahmepause um mich... ...um mich... ...auf den... Hey. Hört auf mich zu rollen. Hört auf mich zu rollen. Hey, von hier kam ich doch. Ich gehe jetzt gerade aus. Fickt euch. Lass mich raten. Von hier kam ich, ne? Oder sowas. Er wird mich doch verarschen. Ich muss da einen anderen Weg gehen. Jetzt wünschte ich mir, ich wüsste, wie ich gegangen bin. Oh, fucker. Oh, das sieht schon mal gut aus. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Ich gehe mal hier lang. Oh, ja. Nein, 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 nein. Nein! Ich bin ja schon tot. Oder gleich. Okay, das war's für dich. Das ist wirklich ohne Scheiß, Leute. Das ist das erste verdammte Scheißspiel, wo ich mir noch Lösungen anschauen muss, wie ich verfickte Drachen besiege oder... Ich habe keine... Ich habe keine... Rolle, ey. Das ist doch unglaublich. Okay, das sieht schon mal richtig aus. Na, oh, ne. Ich glaube, ich sterbe sogar, wenn das so... Ja, nein, noch nicht. Noch nicht, Leute. Aber gleich. Ich weiß nicht, wohin mit mir. Ich hab mich komplett verlaufen. Komplett. Folge den Schneefloppen. Scheiß. Weiterspruch, ey. Vielleicht muss ich mich orientieren, wohin sie fliegen. Oder ist das eigentlich kackegal? Kann ja auch sowas in der Art sein, dass man sich hier in den dahin orientiert, wo sie rumfliegen, weil normal... Momentan fliegen sie nach rechts. Das heißt... Aua. Das heißt, theoretisch, müsste ich nach rechts. Ach komm schon, jetzt schliff doch, verdammt. Ich guck... Warte. Ich weiß nicht, ob ich richtig liege. Kann ja auch sein, dass es eine dumme Theorie ist, mit der ich irgendwie falsch liege. Nein. Okay, ich folge mal einmal den Schneefloppen. Mal sehen, wie man sich das Ding hinbringt. Ah ja, zum Boss. Alles klar. Leute, wir sehen uns gleich ein bisschen gestärkt und vielleicht mit ein bisschen mehr Wissen bis dahin. Siehe, Leute. So, Leute. Willkommen zurück. Ich habe mir jetzt angeschaut, was ich dagegen machen könnte, theoretisch. Ich soll Luftfusion drauf machen, mich hinter den Huren stellen und ihn dann mit meinen Attacken so gut es geht da ficken. Da hoffen wir mal, dass das einigermaßen funktioniert. Ich bin gespannt. Ich spüre es. Das wird richtig wehtun. Jawohl, mit Exit Brief beginnt er schon. Ja, nein. Immerhin guter Schaden zurückgekontert. Schon tot, ja. Soviel zum Thema Eier. Das war ja... Geil! Also fassen wir kurz zusammen. Wenn er einmal Exit Brief auf mich macht, bin ich tot. Das ist gut zu wissen. Leute, das ist immer gut zu wissen. Vergiss das nicht. Oh, schade, dass man sowas nicht skippen kann, ey. Oh, Mann. Das wird wieder so verzweifelt sein. Ich spüre es. Jetzt bitte mich nicht mit einem Exit Brief zu. Okay, Leute. Eigentlich können wir schon wieder neu starten. Ich gehe diesmal ohne rein. Vielleicht macht das dann weniger Schaden. Man weiß es ja nicht. Ich musste es schaffen, mich drunter zu stellen, bevor er mich mit diesem Kack fickt. Ist ja schön, dass ich in richtig fetten Schaden zurück konnte, aber wenn er mich mit dem Brief... Oh, ja. Jetzt bin ich schneller gewesen. Sehr gut. So, jetzt folgen wir Anweisungen. So, mein Freundchen. Jetzt wird aufgeräumt. Tail Attack ist genauso schlimm, Leute. Passt auf. Nein, zu langsam. Und das Witzige ist, Leute, ihr könnt euch direkt schon mal heimgehen. Weil wenn er den Scheiß nochmal mit euch abzieht, seid ihr tot. Oh, Alter, der geht schon wieder zum Angriff über? Drastet nicht aus. Okay, Drachenspaß, die Zeit abzurechnen. Mir wurde gesagt, den Kopf attackieren. Der scheint die beste... Komm schon. Ist das alles, was du drauf hast? Der hat 510 Leben. Ich hab schon... Sein Lag ist... Nein. Nein. Ich muss abkontern. Nein. Zu schnell. Der hat nämlich 510 Leben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Boah, das wird ja ein langer Kampf. Wenn er mich einmal anschnifft und ich konter, kriegt er schon 100 zurück. Also, ich müsste es theoretisch schon mal aushalten, aber das ist ja... Wie soll das gehen? So, mein Freund. Zeit abzurechnen. Nein. Wenn ich ihn... Wenn er kontert, brauche ich gar nicht mehr versuchen. Jetzt kannst du knicken. Warte, warte, warte. Wohin mit dir? Ich will deinen Fuß. Du Dreckststück. Wichser. Nein. Nein, zu langsam. Goddammit. Nimm das. Nimm das. Gegen deinen Scheißkampf sehe ich nichts. Komm schon. Jetzt. Nein. Nein. Ich hätte locker schon 100 Schaden gemacht, wenn ich mal den Kack abkontern würde. Mein Mana geht auch langsam flühen. Das heißt, ich kann es nicht mehr lange mitmachen. Der muss irgendwann mal fallen, sonst werde ich als erstes fallen. Sein Body ist mir für den Arsch. Black, hier. Ja, Mann. Friss Blei. Vielleicht machen wir irgendwas cooles. Break Art. Ja, Mann. Break Art geht doch voll ab. Die Chancen sind zwar scheiße, aber mein Gott, es ist meine Chance, ihn einigermaßen Schaden reinzurauchen. Ist das? Nein. Natürlich nicht getroffen. Immer wenn ich dich brauche, triffst du mich natürlich nicht. Nee. Komm schon, jetzt aber. Ich denke darüber nach, ob ich es nicht schon jetzt neu versuchen soll, oder vielleicht doch noch abwarten soll. Und ich ihn vielleicht doch nochmal irgendwann abkontern. Mana ist leer. Das heißt, ich muss mich jetzt auf meine Potions verlassen. Geile Scheiße. Ich bin begeistert. Dieser Boss ist wieder so für den Arsch. Seht ihr das wegen seinem Kackkopf? Sehe ich nicht. Ja, Mann. Wegen deinem Scheißkopf sehe ich nichts. Du fetter Kackdrache, Mann. Ja, genau. Habt ihr das? Kann ich jetzt schon kriegen. Ich bin ein Ficker. Na ja, und dann wieder zu schnell. Natürlich. Nimm das. Nimm das. Nimm das. Nein, 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 nein. Okay, wir werden zum Einnahmen ausholen. Du kannst so knicken. Der Schaden ist ja billig. Ganz ehrlich, wenn ich nicht in deine Haut stecke, würde ich dich ziemlich auslachen. Nein, 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 nein. Kann ich jetzt schon schicken. Ich sollte vielleicht irgendwas nehmen, was meine Wristen ein bisschen wieder wuntersetzt. Wo ist das Baby? Hier. Zum Glück habe ich davon genug. 18 Stück, das ist... Reicht fürs Erste. Ja! Du bist an einen Schaden. Ja, oh. So ein Homo, ich schwöre, Kackenboss wie immer. Danke-Spiel, was ihr mir da für eine Scheiße vorstellt. Ich halte mich nur einmal von Dank. So. Gutes Gas! Wenn ich jetzt beibehalte, mache ich mehr Schaden. Komm schon! Komm schon! Nein! Nein, 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 nein! Jetzt ist er böse. Endlich, ja, wer wäre ich auch an dem Fest? Das läuft aber nicht schlecht eigentlich. Ja, außer dass ihr lockiert. Scheiße. Warte, warte, Drache. Warte mal kurz, ja? Ich setze meinen Risk runter und dann können wir uns gerne nochmal darüber unterhalten. Ja, wer warte��� fade. Warte mal.